ARD Text im Auftrag von Funk Also bei Blöcken abbauen lag es manchmal ein bisschen Nein, nein, ich meine im Stream lag, bei mir lag es gar nicht Ja, ich glaube, es liegt am Server, weil die Blöcke kann man nicht ganz flüssig abbauen Nein, nein, das liegt halt einfach an meinem Streaming-Programm Ich baue diesen Holzbrück jetzt schon zum sechsten Mal ab, zum siebten Mal Deswegen kann man auf dem Server keine Blöcke abbauen, also nicht so richtig Doch, geht bei allem flüssig Bei mir ist es nicht so flüssig Ach, Spawn Protection, logisch Oh mein Gott! Wenn wir Glück haben, finden wir eine schwarze Katze Warum? Bitte! Digga, hier ist ein Sumpfbiom Wo seid ihr? Ich steh noch am Spawn Leute, uns um siebten Mal diese Kohle ab Ja, du bist Spawn Protection, das ist hier an, weil Und Hacker und die anderen können dann halt das abbauen, weil sie sind halt krasser als wir Hier hinten, siehst du mich? Hier hinten bin ich Wartet, ich muss kurz los Ey Hacker, wo bist du? Wartst du auf mich? Äh, jaja, wartet Wait, ich hab's jetzt schon halbens der Kohle aus dieser allen Quelle Wow Jemandreiß die Kohle habe ich Digga, woher kommt das hin? Ich bin ein Orca Hahahaha Alles klar Leute, macht das Projekt ohne mich Ich bin, ich finde es einfach Nein, das ist so jetzt was ich liebe Ey, Blaue hat eine Orca im Rauf einfach Ja, da gibt's M Ja, man muss nicht hüten, dann hat vielleicht nur zwei Das ist so wie in Project X damals So wie in Project X, hm Mh Die Smartbag seems the familiar Lobster Gaming hier Ey Leute, hier ist Lobster Gaming Ich kann eben noch nichts abbauen Ich brauche Wasser Ey Hacker, sag mal kurz an, wo du bist Wo seid ihr? Ne, jetzt mach mal kurz kurz an Und sag mir mal ganz kurz, wo ihr seid Meine Koordinaten sind 452 Schreib sie kurz mal in den Chat Ich habe mega Frosch Ich habe einen Windenfrosch 64 Ja, ja, ich habe so ein Ding auch Hier ist ein Hexenhaus mit einer schwarzen Katze Ey, ich habe... Wo, 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 wo Sag, sag, sofort kurz, ich brauche Wieso willst du... Ich will die schwarze Katze Das ist die Katze, die ich in real life habe Ja, das juckt niemanden Okay Wer es findet, darf es behalten Greif einen Blobfisch ein an Oder wie der heißen Natürlich Nicht Ich bin gleich tot, Digga Ich habe noch, äh, dreieinhalb Herzen Und habe kein Essen Ich habe eineinhalb Herzen Ey, Niko, Niko Mach mal ein zwei-blocktiefes Loch hier Irgendwie Okay So könnte sich einer von euch umbringen Damit wir wissen, wo die Kot sind vom Swarm Ich nicht, ich habe, glaube ich, was cooles gefunden Hört ihr mir überhaupt zu, Leute? Ich höre dir zu, ja Und ich habe dir geantwortet, Hacker Ja Ja, so geht's mir auch Ich höre dir die ganze Zeit zu, Hacker Ihr hört mir nicht zu Ähm Verdrückt Äh, was, was war die erste Koordinate? Pukanjet 42, oder? Ja Wir müssen nach Norden Und Holy Guacamole Was habe ich hier gefunden? Äh, würde ich so zerspielen, es wird kritisch Ja Ich glaube, es sind zu viele Leute haben da ansonsten Ey, ich habe zwei Blöcke abgeholt direkt wieder weg Ferien weg Ich baue die fünfmal ab, es funktioniert nicht Ich kann da nicht abgeholt, das geht aber nicht Äh, ich kann sie nicht mehr nehmen Warte Ich kann mir das machen Alles backt rum Oh mein Gott Oh nein, oh nein, wo ist er hin? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Verrecken Nein, 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 setz sie rein, setz sie rein, schnell Er hat seine einzige Aufgabe, dass seine Katze überlebt Ja, wir sind unwichtig, nur die Katze muss überleben Nein, ich habe, ich habe jetzt ein Bett Das ist echt eine gute Frage Das ist keine Frage, das ist eine Tatsache Wo ist sie hin? Ach, sie ist da dran Ach, sie ist da dran Ich suche grad meinen Loot Und dann kann ich ihn ja nicht mal mehr zu euch zurückkommen, weil ich gefühlt verhungere gerade Ich habe einen Running Trainer Hat jemand zwei Strings? Ah, hier Ah, cool Ich bin ein Running Trader Hast du den jetzt umgebracht? Und ich bin eine Echse Ich wollte mit denen noch traden Ach, kommt Leute und dann bringt die Green Die Bienen hat einfach auf Oh, 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 oh Jungs, 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 Jungs Probleme Hacker, ich � 고원 Ich regle das Ah, sie hat fadengetoppt Ah, scheiße Ah, perfekt. Ich hab keine Ahnung, was mein Nautilus-Name ist. Braucht wir Essen? Äh, ich hab eigentlich was zu essen. Äh, warte, ich komm jetzt gleich zurück zum Spawn. Ist aber nicht vegetarisch. Schreib mir doch mal ganz kurz die Koordinaten in den Chat. Ich bin beim Spawn. Ja, schreib mal kurz die Koordinaten. Weißt du, wo der Spawn ist? Ich frag dich grad, ob du mir die Koordinaten schreiben kannst. Du fragst mich, ob ich weiß, wo der Spawn ist. Könnte jemand dafür sorgen, äh, zu gucken, dass meine Katze nicht die spawnt? Warte, gut. So. Was ist denn los? Ja, okay, warte, ich fick von an. Ähm. Alles klar, Leute. Also, ich geh jetzt offener. Alles klar. Alles klar, Leute, jetzt der Hacker weg ist. Äh. Äh, geht's weiter? Ja. Das sind Koordinaten, wo ich nicht bin. Ähm, gut. Ja, dann bin ich dann gleich da. Ich folge in die falsche Richtung. Aber ich, das ist gut, weil ich hab einen Fechtenberg gefunden. Ich schweige, ich weiß, sie sind. Ich schweige, ich mach mich. Aber ich hab einen Fechtenberg. Ich schweige, ich schweige, ich hab einen Fechtenberg. Ich schweige, ich schweige, ich schweige. Untertitelung des ZDF, 2020